Wir müssen ein bisschen angucken hier. Wir sind nicht gekämpft. Oh, da könnte noch eine. Geil! Uppi! Da freut sich wieder einer. Auf jeden Fall. Wenn wir euch aufpassen, dann findest du die deutsche Flugzeuge. Hahaha. Habe ich auch schon mal gehabt, fresh in der Luft. Andrea, soll ich sagen. Dann guck, winkel, wie das ist der Andrea. Boah. Ja, ist langsam. Geht noch langsam. Geht noch langsam. Ne, das ist nicht an der Luft. Ich. Haha. Jetzt pumpen. Au, der ist noch nicht. Eiee, cool. Sieht total cool aus. Hahah. Hahaha. Das war's für heute. Das darf ich hier nicht, da laufen wir woanders hin zu gehen. Das war's für heute. 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 Ja, okay. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.